Da ist so ne kleine Keycam mit, und da hab ich ne Weitwinkellinse dran geklebt, dass die so ein bisschen weiter ist. Ich hoffe, ich verliere die nicht. Ne, hier. Da müsstest du aber nen Hund mitnehmen oder so. Ja genau, da gibt's so Jelly-Linze. Da hab ich mit Plastik-Dip da so ne Weitwinkellinse drauf geklebt. Dann guckt die nicht so weit, sondern vielleicht so weit. Aber der ist natürlich jetzt auch wirklich schwerer, was das prozentuale Gewicht angeht ist jetzt schon. Ne, mit so nem Gel, so nem Klebe. Den kannst du auch für iPhone sind ja eigentlich der Schuss. So, ich hab's mal für mich geklebt. Kannst du mal stragen oder festhalten nur? Ja, ja. Und wieder Kontrolle hier? Ok, ok. Ich war's für mich. Ich war's für mich. Wir sind nicht so jungen atsend. Ich war's für mich. Ich kann meine Leute zu mir sein. Ich war's für mich. Ich kann meine Leute zu mir die Schuss ist. Ich bin bei mir schon mal fest. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.